Mama, was machen wir heute? Heute wird's tierisch. Wir fahren in den Wildpark Lüneburger Heide. Super, wir lieben Tiere! Im Wildpark gibt es nicht nur tolle Tiere, es gibt nämlich auch einen tollen Spielplatz. Oh, das tut halt hier so wie ich. Die Ziehen sind sehr gierig. Manchmal laufen sie einen sogar hinterher. Das hat Spaß gemacht. Die Rehe sind sehr zutraulich und lassen sich füttern und streicheln. Der Wildpark Lüneburger Heide gefällt uns sehr. Wir waren schon dreimal hier. Die Wanderwege sind gut zu laufen und der Wildpark ist generell sehr schön angelegt. Auch Sitzgelegenheiten gibt es hier reichlich. Der Abenteuerspielplatz kam bei unseren Kindern super gut an. Im gesamten Park gibt es Futterautomaten und das Futter wird von den Tieren auch dankbar angenommen. Wir können den Wildpark absolut weiterempfehlen. Wir kommen definitiv wieder. In der Wildpark Leni42-Kunz Untertitelung. BR 2018 Sogar die Beeren kann man mit einem Ohr füttern. Von da oben kann man sogar ins Tigergehege sehen. Die Flugsshow hat uns auch sehr gut gefallen. Die Flugsshow hat uns auch sehr gut gefallen. Wir kommen gerne hierher. Der Wildpark ist ein toller Tierpark in der Lüneburger Heide.